Alt-Amerikanistik ist die Wissenschaft von den präkolumbischen Kulturen des amerikanischen Doppelkontinents. Die Alt-Amerikanistik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Sie ist sowohl eine archäologische, eine philologische, ethnologische als auch eine historische Wissenschaft. Gegenstand sind sowohl die Hochkulturen Süd- und Meso- und Nordamerikas als auch die prähistorischen Völkerschaften Amerikas. So sind die nordamerikanischen Indianer ebenso Gegenstand der Forschung wie auch die Vorfahren der lateinamerikanischen Indios. Wichtigster Forschungsschwerpunkt sind die Hochkulturen wie die Azteken, Chichimecken, Juaksteken, Maya, Mixteken, Oumeken, Puripercha, Tolteken, Totonaken, Zapoteken und Inka. Dabei haben sich im 20. Jahrhundert in der Alt-Amerikanistik zwei antagonistische Strömungen herausgebildet. Die Richtung der Isolationisten, deren Anhänger von einer unabhängigen Kulturentwicklung in Amerika seit der steinzeitlichen Besiedlung ausgehen. Und die Richtung der Diffusionisten, deren Verfechter interkontinentale prekolumbische Kontakte auf dem Seewege, vor allem zwischen Asien, der Südsee und der Neuen Welt, voraussetzen. Wissenschaftliche Hauptsprachen in der Alt-Amerikanistik sind Spanisch und gleichbedeutend, besonders in Veröffentlichungen Englisch. Auch Portugiesisch ist für die Themen über Brasilien wichtig. In Deutschland ist die Zahl der Schwerpunkte in der universitären Forschung und Lehre seit dem Jahre 2000 erheblich zurückgegangen. Die altamerikanischen Bereiche an der Universität Hamburg und an der Freien Universität Berlin sind aufgegeben oder umgewandelt worden. Lediglich an der Universität Bonn besteht das Fach unter der Leitung von Nikolai Grube und Karoline Noack weiterhin in Lehre und Forschung weiter. An vielen Universitäten gibt es keinen eigenständigen altamerikanistischen Zweig. Jedoch wird das Fach in kleinem Rahmen oft von der Ethnologie mit vertreten. Die Altamerikanistik ist in Deutschland als kleines Fach eingestuft.